jo leute willkommen zurück beim minecraft ticket light diesmal aus meiner sicht hier in meiner sicht umbau von der laba versorgung sieht ein bisschen kurios aus was es wenn da getrieben hat aber es funktioniert das ist das wichtigste wirst du was da getrieben er wollte es nicht du die umbauen ja aber ich habe ja keine zeit gehabt dafür was du doof dafür wollte es sagen ein futur aber es funktioniert es bringt energie und ja alle generatoren haben jetzt lava jeder einzelne ist schon geil nur ja nur das gefällt mir hier noch nicht ganz in der schalt das ist eigentlich nicht stimmt das sieht echt dämlich aus warum lauft das nicht hier jetzt habe ich geschäft jetzt habe ich es vercheckt es war nicht wie ganz schriften sondern du hast auch falsch hier muss ja das ist trotzdem schießt du immer richtig sehen wir sowas ja ich schiff immer in den maya tempel dann werde ich dich selbst wenn vor allem unsere ding hat keinen anschluss männer unsere kobe produziert über ist kein strom hat er da war ein anschluss dann hat sie kein ist gerade irgendwie bis weil da irgendwie ein blog ist das dann so ein coverglock und das block und aber kein so jetzt muss ich überlegen wie ich das am besten schiff hier unter ihr ja und ja auch da das kann ich abbauen und das was passiert ich brauchst man ab und diese blöcke das truppenholz blöcke und da oben drauf ist es kein sand sondern kloster interessiert mich doch mit der rede mit mir und das interessiert mich dass ich war hier schon ein ding das sind ja auch eben drauf der höhe ist der gesetzner hast du wieder das ganze diamond glasfaser mitgenommen ja weil ich gerade gebaut habe bis vor wenigen sekunden falls sie nicht aufgefallen ist ich habe auch neues gekraftet weil wir keins mehr hatten ganzen schönen diamanten wir haben das so wenig diamanten diamanten alter hast du selber ins system oder muss ich mir ich habe die aber irgendwie mag beschissen aus und mehr nicht sein mal mal gucken ob es beschissen aussieht vielleicht wir brauchen irgendwie steilere kanten wo auch super geil aus wenn was sie hier ist sind das gold blöcke ja das sind ob sie man in der bag man ja hier so wird es glaube ich besser was willst du ja glasfaser entschuldigung mein inventar ist aktuell ein bisschen explosion zu viele baustellen ja ich mache das andere jetzt hat ich hoffe dass nichts explodiert sonst müssen nach der aufnahme noch ein bisschen nachbessern wenn ich sie das immer noch scheiße aus ich will es nahe wie ich da haben es ist ich darauf aus weil es kann wenn dann warum ist nämlich hier rum hier rum hier rum wo ist das ganze glasfaser kabel hingekommen eigentlich das ist das findest du zieht aus wie ein drohen da irgendwie nicht warum hast du es eigentlich nicht unterirdisch gibt verlegt gehabt die schnauze es ist technisches verständnis fragen weißt du was du kannst einfach von der blöcke nehmen oder steinpläcke und darum bauen das auch ein bisschen lappen ich habe da mal wieder angeschmissen wir haben nur noch die da war ich geil aus 5000 gehabt gehabt ich habe das sagen wir müssen deshalb noch irgendwie um die seine das hier direkt da haben wir nicht zum beispiel um jetzt die blöcke zu setzen musstest du schiften ohne schiff ging es nicht schiften alter dass das die ist halt so schuft dass die den das schon wieder klar braucht das viel zeug man ist einfacher zu kaufen doch dass sie was kaputt hier war doch muss gucken wie alles aussieht was sie ist geil aus jetzt lass mal hier natürlich gleich wird wird gibt so weit du mit deinem money der schwerte angeben muss jetzt machen wir die blöcke hinter wahl die halb ding naja gut ist nicht viel gewesen auf jeden fall es wird schon besser wir bräuchten uns jetzt noch ihr bräuchten zu einer art armlehne noch so ein bisschen irgendwie am lehnen achten wir die hat der war der war der war der war der habe schon idee wascheidee ich habe schede hier herum hier lang hier längst hier längst auch da geht es nicht scheiße oder was machst du langweilig ist ja ich verkabel unsere stromversorgung neu also dann wollte ich langweilig ist interessant ich bin immer gespannt ob es in die luft fliehen dann müsste zu holz ok das ist ja irgendwie aber irgendwie das ja auch noch irgendwie nicht so ja aber das den armen den kopf da weg schädel so scheiße sind das für ein karten rohre ist ja das ich bin so besser wie ohne das da oben eigentlich das ding leer noch beschissen kommt ja nicht drüber was ist das für ein scheiß du ist ein meiner lehnen dinge eingesammelt das ist auch sehr dämlich gebaut wird besser ist besser sieht dämlich besser besser dämlich ja ja jetzt sieht sie so doppelt so im thron noch wir haben einen dron in einen dron reingewort das ist auch da geht es so weiter ist das immer wieder kurzer cut gewesen aber vor euch dieser sound weitergegangen paar blöde bilder von sven und marcus rein wo ich im facebook gefunden habe als lückenfüller anzeige naja ja von bieter bohlen von dieter bohlen weil der meint dass er seine fresse im internet gefunden hat er wurde marcus gemeint hat das genau das kann wir das bestehen lassen ja kaum mal das meyer tempel das ist ein 500 millionen alter tempel alter das 500 millionen alter fünf wurde der alter alles immer noch ein hau kunst ja irgendwie ja nämlich schon aber du musst du mir die dinge mal die dinge die wo du gerade abgebaut hast ich weiß ich glaube ich mach mal was kreatives hier bei uns was mit dem kannst du es noch abrunden so ein bisschen jetzt sieht es wird besser du musst halt übelst ins detail gehen lassen wir das da stehen so kann ich da vorne auch so ja ich glaube ich kann bei dem ganz dünnen ja da kann ich auch ecken machen aber ihr habt unser gutes halbieren dann haltet sie hat gar nicht unser schönes das macht unser ding noch leer ist doch behindert naja dann müssen halt doch strips hin strips musst du kannst du ja das ist das was für die anderen dinge noch die kleinen mini die mini dinger so der gold cover corner was können wir als nächstes eigentlich anfangen als projektmäßig so ihr mit einem geheim scheißen scheißen großen haufen drauf wenn er wohl okay aber ist die fest weil das was ich ja einfach immer außer dauern ja geil und keiner weiß zum glück kann ich auch nicht teleportieren oder so er hat ja aber ich glaube ich muss wieder tippen ja ja ihr seid doch so kann ich weil ich kann ich mal richtig wollen spiele spielen schaue ich das ane ich bin ich mir ein rollenspiel beim meint und ich bin jetzt ein rollenspiel ja hier ist halt die idioten oder was ach feist das ist es ist nicht so ein bisschen aus hier heiterkeit herrscht die händische ich habe für die hälfte hier vorne wie du da in der schrank ich bin das war bäder so schicksal der Funde sei ich bin wir die er ist als Lückenfüller er genau so der Lückenfüller er ist immer das ist auch so langweilig ist oder das ist das ist ein bisschen reilig schnauze äh jetzt ist es für das die dinger bauen sich halt irgendwie in der millisekunde ab, das ist Frau Lassi so, da geht's schon scheiße, das ist ja schon so geil, wenn du da so dahinter stehst und wenn du wieder rausgehen willst, dann öffstens ist das so dumm, weißt schon wie so dumm das geht auch nicht aber es sieht zwar blöd aus, aber es ist Sven seine Schuld jo, alter geil, das sieht aus wie so zwei Sensoren und Ohren oder so ja, geil ey voll geil, ey voll geil, 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 geil geil, 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 geil geil jetzt ja noch, wenn es regnet, weißt du na ja, ist ja kein keine Decke da Sven, brauchen wir die Wetzelmotoren bei den Pumpen, nö, nö, oder nein, kann ich wegmachen ja, das glaube ich, Markus reicht erstmal, oder? Meiertempel ja, okay ja, die anderen Etagen bauen wir irgendwann später wenn wir andere Etagen bauen würde sagen, Projekt beendet ja, neues Projekt ist da nein, wir müssen noch den Weg zum zur Tür, äh, von der Tür bis zur Tür ja, da muss ein Dschungel hin bis zum Tor da muss ein Dschungel hin hier muss man sich auch mal angucken, wenn die hier bis zur Aufnahme fällig ist ja, warte, ich geh mal mein Inventar entleeren und dann, dann machen wir uns hier einen fetten Dschungel hin einen fetten Dschungel hin einen fetten Dschungel hin einen Dschungel sieht sich den Geschmack hey, kommt mal bitte alle ins Bett jo das kann grad nicht, die Arbeit ne, geil, du habest gar nicht hier hier na geh mal in den Keller und geh gucken, du Spacken ah ja, macht gar nix, Alter was du, gissi, halaballa, bummum, te yes, ah disconnect spam haha, disconnect spam ich geh ins Bett ach man ja mein server ist gut schmeiß aus mein Bett wieso ist das voll das Schwester, alter er ist einfach in meinem Bett geht nicht gut, da kannst du nicht schlafen das ist mein Bett tötchen das ist dann mit meinem Bett einfach aufgestanden ich glaube, jetzt muss ich ihn töten wenn er mir nicht mein Bett wieder gibt Mensch, mal ja ich hab keinen Wildversorg, das ist ein Bett die Bettstealer, weißt du krass, man er zerstört einfach, wenn er aufsteht zum Bett und trägt ihm nichts wenn er stirbt und dann müssen wir ihn töten und dann müssen wir ihn ausstehen dann haben wir ein Problem und wenn er sich teleportiert, dann töten wir ihn wieder ne, 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 ne ich lach später drüber und dann werden wir beide wegen Spam gekickt und dann kann er sich nicht mehr her teleportieren ja dann sperre ich euch einfach kill spamming oder was ja ach wir haben einfach 562 JuJuMeter am wegen wo wie heißen die Dschungelsamen da deine Mutter hast du hast du hast du die Ding wieder angemacht ne Scrap Metal natürlich wir hätten keins mehr gehabt wir hätten nur noch 5000 gehabt ich meine Recycler ja Junge, mach den Scheiß Recycler aus warum denn? weil ich das jetzt legen ach, Truppen sitzen recht oder? das Drast haben wir halt die ganze 5.000 Scrap verbrauchen wir hätten noch 10.000 gehabt jetzt haben wir nur noch 5.000 das passt doch, die Hälfte ist weg ja die brauchen wir auch noch die brauchen wir auch noch guck mal Sven so sieht es doch mal nach was aus, oder? ja und das steht immer noch so da wie ich ich gemacht habe nur dass du Steine außen rum gewahrt hast ja aber ich möchte die Energieleitung nach unten legen aus dem anderen Zeugs ne ich brauche die zugänglich Foto warum denn? deswegen steht sie ja im Keller deswegen steht sie ja im Keller ja gut weil das ist ja schon unterirdisch aber damit kann ich leben oder da sieht man jedenfalls die darüber in den Wartungsgang sieht man nicht vor allem schau jetzt habe ich die Kabel schon extra übersichtlich verlegt ja war ja auch schwer die vier Dinger da übersichtlich zu verlegen dann guck mal und die Lava Dinger sind auch für mich übersichtlich verlegt wenn man sie beim Aufbau zugeguckt hat da hat er das echt System und ich habe den Chunkloder grad nebendran gestellt damit man vor allem Foto ich glaube wir können nochmal vier stück hinstellen ich glaube es auch aber die müssten wir erstmal aktuell ist nämlich alles voll die Tanks voll und die kompletten Tunnel voll aber das machen wir bis gleich bis gleich bis gleich